Herzlich Willkommen in Bayreuth. Die Universitäts- und Festspielstadt ist seit über 50 Jahren Standort von Grundig Business Systems. Heute ist das Werk eine hochmoderne Elektronik-Fertigungsstätte, State of the Art, die ihre Leistungsfähigkeit im Benchmarking mit modernsten Hightech-Unternehmen misst. Seit Jahrzehnten steht Grundig Business Systems für höchste Qualität und Innovationen im Bereich der digitalen und analogen Audioverarbeitung. Zweites Standbein des Traditionsunternehmens ist die industrielle Auftragsfertigung. Hier bringt Grundig Business Systems seine jahrzehntelange Kompetenz in den Bereichen Elektronik und Mechatronik ein. Unsere innovativen Produkte werden in Deutschland designt und entwickelt und hier im Bayreuther Werk mit der sprichwörtlichen Grundig-Qualität produziert. Echtes Made in Germany. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass wir nachhaltig unter ökologischen, sozialen und ökonomischen Gesichtspunkten produzieren. Unsere Prozesse sind in ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-System eingebunden. So ist unser Unternehmen unter anderem nach der Automotive-Branche standardisierten ISO-TS 16949 zertifiziert. Hier aus dem SAP-integrierten KARDEX-Lagersystem fließen EDV-gesteuert Just-in-Time die Bauteile so in die Fertigung ein, wie sie benötigt werden. Diese modernste Art der Lagerhaltung und Prozessabläufe sorgt zugleich für ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Siemens C-Place-Linien sind das Herz der Produktion. Auf diesen Maschinen, die auch Handys fertigen können, erfolgt die automatische Bestückung von elektronischen SMD-Bauteilen mit bis zu 50.000 Stück pro Stunde. Hier entsteht nahezu vollautomatisch das wesentliche Innenleben der Diktiergeräte von Grundig Business Systems, die bestückte Leiterplatte. Nach dem Bestückungsvorgang durchläuft die Leiterplatte den sogenannten Reflow-Ofen mit einem spezifischen Temperaturprofil. Dieser Prozess sorgt für die Fixierung und elektrische Leitfähigkeit der Bauelemente. Nur 15 Minuten nach Beginn des Produktionsprozesses am Anfang der Automatenbestückung kann die fertige Leiterplatte weiterverarbeitet werden. Bestandteil der Qualitätskontrolle ist die automatische optische Sichtkontrolle der Leiterplatte nach der Fertigung. Für Qualitätsüberprüfungen werden außerdem digitale Mikroskope eingesetzt. Die Faszination einer Hightech-Produktion wird beim Verlötvorgang eindrucksvoll sichtbar. Das vollautomatische Verlöten von allen Bauteilen, die nicht im Reflow-Ofen verarbeitet werden können, erfolgt in einer eigenen Produktionsstraße, der Lötwelle. Weiterhin kommt für spezifische Bauteile das Selektivlöten mit Hilfe eines Lötroboters und einer Miniwelle zum Einsatz. Ein wesentliches Prüfelement der Qualität im laufenden Prozess ist der In-Circuit-Test. Hier wird die fertige Leiterplatte auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Der entscheidende Moment. Das formschöne Gehäuse erhält die perfekten inneren Werte. Technologie trifft Design. Vor dem Verpacken erfolgt die letzte Stufe des internen Qualitätsprozesses, die Endabnahme. Eine umfangreiche Prüfung aller Funktionen inklusive der Sprech- und Hörprobe sichern höchste Qualität vom ersten Knopfdruck an für ein langes Geräteleben. Um die Qualität darüber hinaus langfristig sicherzustellen, werden auch Dauertests durchgeführt. Besteht das Produkt den Qualitätstest, wird es zum Versand vorbereitet. Ebenso wie die digitale Generation werden auch alle analogen Geräte von Grundig Business Systems in Bayreuth produziert. Bewährte und robuste Technik bildet das Innenleben. Gefertigt und geprüft unter höchsten Qualitätsmaßstäben. Die Kassettenproduktion ist ein Klassiker in der Bayreuther Fertigung. Hier entstehen die Diktierkassetten für analoge Diktiergeräte in eindrucksvoller Auflage. Bis zu zwei Millionen Einheiten verlassen das Werk pro Jahr. Top-Service für den Fall der Fälle. Unser internes Service-Team kümmert sich um Reparaturen und Fehlerbehebung. Auch bei altgedienten Geräten erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Diagnose. So steht Ihnen Ihr wichtiges Arbeitsgerät schnellstens wieder zur Verfügung. Mit der industriellen Auftragsfertigung für andere Unternehmen, dem sogenannten Electronic Manufacturing Service, liefert Grundig Business Systems spezifische Lösungen für Kunden aus Branchen wie Automotive, Medizin und Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen unterstützt andere Firmen beispielsweise bei der Entwicklung ihrer Produkte, übernimmt auf Wunsch die Beschaffung und führt umfassende Tests anhand von Prototypen und Mustern durch, bevor ein Produkt in die Serie geht. Feinwerktechnische Montagen sowie die Komplettmontage zu fertigen Produkten zählen ebenfalls zum umfassenden Leistungsspektrum wie die Kommissionierung, Verpackung und Lagerung der Produkte. Die langjährige Erfahrung im Bereich der industriellen Auftragsfertigung machen Grundig Business Systems zum kompetenten Partner für die Fertigung von Produkten der Elektronik und Mechatronik.